Tamme und Anton steuern das weltweit einzigartige Krankenhaus für Meeresschildkröten an. Ins Sonnenscheinparadies Florida verschlug es aus Bayern vor Jahren Pflegerin Liz. Das Turtle Hospital ist eigentlich das einzige der Welt. Es ist das Größte der Welt, das nur mit Meeresschildkröten arbeitet. Und wir machen viel, viel, viel mit diesen Tieren und versuchen uns das Beste, um das alles besser zu machen für die Schildkröten und wo sie leben. Wir haben Adoptions, wo Leute die Schildkröten adoptieren können. Und wir schreiben Briefe jeden vier Monate für die Leute, dass sie hören können, was hier alles losgeht. Oh, das ist euer Rettungswagen. Und in diese großen Wannen werden dann die Schildkröten reingelegt? Ja. Kommt da auch Wasser rein, dass die feucht gehalten werden? Nee, die brauchen kein Wasser, um zu transportieren. Es ist eigentlich einfacher ohne Wasser. Aber manchmal tun wir ein feuchtes Tuch drauf. Wir haben drei Rettungswagen. Es gibt Tage, da haben wir drei Einsätze in einer Stunde. Manchmal drei in einem Monat. Die Schildkröten halten sich an keinem Plan. Ach so, das ist immer verschieden. Okay. Und wie viele Mann ist so ein Auto, zwei Mann bestückt oder einer alleine? Normalerweise einer alleine. Es kommt drauf an, wie groß das Schildkröte ist. Aber das Schwierige ist, zu sagen, wie groß sie eigentlich sind. Weil wenn jemand nicht wirklich weiß, wie groß eine Schildkröte werden kann, sagen sie, dass eine Schildkröte vielleicht so groß ist, in ihrem Kopf so groß ist. Aber normalerweise ist es eine Person und da sind normalerweise viele Leute, wo dort das helfen können, wenn sie mehrere Leute brauchen. Ganz toll. Super. Hochinteressant. Die Mitarbeiter kümmern sich um den Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Tierart. Tamme möchte alles über die Reptilien wissen. Kann man circa das Alter an dem Panzer oder dergleichen feststellen? Eigentlich nicht wirklich. Es ist ganz schwierig zu sehen, wie alt eine Schildkröte ist. Sie wachsen ungefähr wie gut sie essen. Wenn sie mehr essen, dann ist es schnell. Wenn sie nicht so viel essen, ist es viel langsamer. Also es ist schwierig zu sagen, wie alt sie eigentlich sind. Man kann ungefähr sagen, Lust, Susi hier könnte ungefähr so 10 bis 15 Jahre alt sein. So ungefähr. Die sind so schön, da muss ich mal ein Foto von backen. Ja, natürlich. Weil ich habe hier noch einen Schad zu Hause. So, das sehen wir ja fast nie. Lächeln. Tamme darf bei der Behandlung eines Dauerpatienten mithelfen und scheitert um ein Haar an den Hygienebestimmungen. Ha, this is my problem. Pass auf. For the children. Das ist George. Leider hat er einen Unfall mit dem Propeller eines Bootes. Sein Panzer wurde so stark beschädigt, dass sich darunter Gas sammelte. Dies nennt man das Bubble-Butt-Syndrom. Der hintere Teil seines Körpers ragt permanent aus dem Wasser. Im offenen Meer wäre so verloren. Die Krankheit wurde erstmals 1989 in Florida dokumentiert. Sie trägt diesen Namen wegen der aus dem Wasser ragenden, luftgefüllten Hinterteile der Meeresschildkröten. Das ist kein Problem. Ich sehe. Okay. Gut. Vielen Dank. Während George seine Medikamente bekommt, wird ein Notfall eingeliefert. Eine abgemagerte und offensichtlich todkranke Schildkröte braucht schnelle Hilfe der Experten. Ich habe seine Unterseite noch nicht gesehen, aber ich vermute, er ist sehr dünn. Er hat große Tumore überall. Das heißt, wenn die Tumore wachsen, entziehen sie den gesunden Organen das Blut. Ich gehe davon aus, dass die Schildkröte schon sehr lange krank ist. Es sieht aus, wie es sich für eine lange Zeit hat. Es sieht aus, wie es sich für eine lange Zeit hat. Zuerst hören wir das Herz, wie stark das Herz ist. Wenn das Herz nicht so gut schlägt, dann müssen wir beatmen. Was für einen Herzschlag musst du haben? So um den, normalerweise so um den 20 bis 30. Wenn es unter 16 ist, dann muss man wirklich Vorsicht sein. Der neue Patient wird zur stationären Aufnahme vorbereitet. Es ist wie in einem Krankenhaus für Menschen. Wiegen, Messen, Blutabnahme. Das sind auch die ersten Routinechecks für verletzte Schildkröten. Das kommt darauf an, wie viele Tumoren sie hat und wie schwach sie ist. Sie könnte hier ungefähr ein bis eineinhalb Jahre da sein. Wir müssen erst sehen, ob sie überhaupt Tumoren innen drin hat. Wenn sie Tumoren innen drin hat, dann ist es eigentlich nicht gut. Dann müssen wir sie eigentlich runter tun. Also hoffentlich hat sie keine innen drin. Dann können wir anfangen, die hier am Außen wegzumachen. Und das kann vielleicht zwei bis drei Mal muss sie reingehen, operiert werden. Es ist hart. Es geht nicht nur um die Schildkröte, sondern um das ganze Ökosystem unserer Ozeane. Wir haben das Gefühl, die Schildkröten sind eine Art Seismograph für die Verschmutzung der Meere. Es ist schwer zu begreifen, dass diese Kreatur seit 200 Millionen Jahren auf dieser Welt überlebt hat und jetzt vom Aussterben bedroht ist. We say, when he became a name, he go in my heart. So this tight is a anonym. Aber wenn er einen Namen bekommt, ist es zu weit. Er hat eigentlich einen Namen. Ja, was hat er gekriegt? Charlie. Charlie, super. Wir brauchen Kraft. Können Sie uns nicht etwas positive Energie für diese Schildkröte schenken? Wir müssen gute Energie geben. Kriegt er. Wo ich bin, kriegen alle gute Energie. Schildkröten sind älter als Dinosaurier. Sie haben Naturkatastrophen und die Eiszeit überlebt. Doch die heutige Umweltverschmutzung bedroht erstmals ihren Fortbestand. Viele von unseren permanenten Schildkröten sind hier drin. Und dann auch viele von unseren Tumoren-Schildkröten, die schon vor ein paar Monaten tumorfrei sind, sind auch hier drin. Die Arbeit des Turtle Hospitals und diese fantastischen Tiere begeistern Tamme so sehr, dass er spontan eine Entscheidung trifft. Wie heißt der? Was ist der? Das ist Rebel. Das ist Rebel? Rebel. Andon, was sagst du? Der passt zu mir, nicht? Das Becken hier ist eigentlich das letzte Becken, wo viele von unseren Patienten bleiben die letzten sechs, sieben Monate hier tumorfrei. Und dann, das Beste, was wir lieben, ist, dass wir die, die dann, wo fertig sind und total geheilt sind, können wir sie wieder raus in den Ozean, wo sie gehören. Ja, der ist unser größter bis jetzt. Wie alt schätzt man den ungefähr? Der ist ungefähr, würde ich sagen, ungefähr 60 Jahre alt. Ah, wir sind fast im selben Alter. Weißt du, was ich tue? Was ist das? Ganz einfach. Dieser Dicke mit dem Rebel. Ja. Den mache ich leidend, weil er so schön dick ist wie ich. Da mache ich eine Adoption. Okay. Das ist gut. Dann kann er dir Briefe schreiben. Und hier, ich gebe dir ein bisschen mehr, den kannst du auch gleich für eine Briefmarke oder für einen Faxen. Danke, danke. Vielen Dank. Und das machen wir. Und denn, weil ihr habt hier eine tolle Sache. Ich finde es schön, dass solche Tiere so ein bisschen gerettet werden, so ein bisschen unter die Arme genommen werden. Denn wenn sie nicht mehr da sind, jammern wir herum und die Welt ist um vieles ärmer. Und wir Menschen haben ja leider die Tendenz, so lange zu warten, bis es zu spät ist. Bei Rebel macht es ja Sinn, weil er hier immer bleibt. Mhm. Nicht? Ja. Und wer weiß, ob unser Weg uns hier nochmal wieder rüber schickt, dann haben wir wenigstens immer nochmal eine Chance, Rebel wiederzusehen. Weil älter wie wir wird er sowieso. Ja. Der Ostfriese hofft auf eine lange Brieffreundschaft mit Schildkröte Rebel. Tamme und Anton nehmen Abschied und gönnen sich eine kurze Pause, bevor es morgen zu den reichen und schönen Floridas geht. Ja, wir sind hier in Key West. Wir sind über eine Brücke gekommen. Ich habe so was Langes an Brücke überhaupt noch nicht gesehen. Unglaublich. Das nahm überhaupt kein Ende. Und hier, da hinten ist viel zu Hause, nicht? Kuba. Hier können die Zigarren schon nach Key West rüber schmeißen. So dicht ist das schon zusammen. Aber unvorstellbar. Hier so eine Straße von, ich weiß nicht, wie lang war das? 70. 70 Kilometer oder so was. Oder Meilen sogar nicht. Ach du Scheiße, nicht? Das hätten sie bei uns nicht getan. Aber jedes Land, wo ich irgendwie schon gewesen bin, hat echt geile Seiten. Und hier ist das.